lange bedeuten in der mitte so im da wo die monster sind ich glaube das wird keine wilde runde ist keine ja markus gehst du noch nicht nach oben oder wir machen ja egal ich sage wir brauchen die zwei nicht gewinnt ja wir gewinnen das so das sind die wildeste youtube-runde der welt wir haben das spiel gewonnen drei gegen fünf einfach nur broken lasst doch jetzt schon mal ein like da ich muss echt sagen ich habe jetzt ein paar schon nicht gespielt ja und ich habe es echt vermisst okay ich komme ich komme es werden will der gang wir brauchen die durch dass ich meine große da aber ich glaube brauchen die das ist eine plattform im jungle kann ich habe ich mir gerade ich habe keine also nicht gar keine aber auch hier ist aber es was tut das lief hast du und habe ich hier getötet jetzt muss eigentlich 30 bell ich muss an ich habe nicht getötet leute weil ich muss bell abgeben wir müssen wir wissen jetzt bald in action machen wo scheiße lauf lauf felix lauf ok 30 bell abgeben bekommen siehst du denn ach du scheiße wir sind dieses laune ja ich muss weg jungs 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 lebst du noch sieben jungs ja leider ist je nachdem wie weit das spiel geht hast du mehr platz in deinem inventar für bälle ok ich habe einen neuen titel ich wurde von meinem primates verkauft ja ich sage auch ein bisschen lost mein mein muss etwas ich mit habe scheiße was geben die denn ab ja ich bin gerade kasten die tops das fügt man ich bin echt aber ja kasten die sterb nice ich denke ich zielt habe ich kein zweiter Oh Felix, alles gecleared hier. Ja, ne? Oh, da ist er wieder. Scheiße, mein Nemesis. Ja, eigentlich mein Nemesis, du Karius. Scheiße. Kumo! Schöööön, sehr gut! Weitere machen Männer... Oh nice, man muss tausend gecleared. Botlane ist finished. Basically. Der Top fehlt, glaube ich, noch... Ich glaube 20 oder so. Alright. Ne, ne, nix die Obe. Weg. Oh. Nur verkauft werden von den Mates, aber trotzdem MVP? Hahaha. Klingt doch ne guten Titel. Gekauft. Oh ja, ich fühl mich gerade nicht so, wenn ich gerade fliege, weil ich einmal hops genommen habe. Wollen wir gleich, äh, roto machen? Ja, ich würde das teuer... Ist gleich, äh, down. Ist leider bisschen F. Ich krieg nicht abgegeben. Ich bin nicht Torben, ach du Scheiße. Ich hab' gar nicht auf mein Leben geachtet. Ich hab' das Tor. Ich hab' das Tor. Oh, Jim. Nein. Kein. Kein, noch... Kein, noch nicht. Kein, noch nicht. Kein, noch nicht. Kein, noch nicht. Ich bin noch drin, bin noch drin. Aber der ist jetzt ein bisschen äh, stark so, äh... jetzt bin ich glaube wir kriegen ja wir haben echt viel damage mit lukario lieber aber ich habe keine bälle ich kann keine bälle ihr macht das kurz ja ich bin kurz 40 fälle ab nicht dass ich sterbe ja leider ja jetzt geht es leider wird geflogen da vorne liegen glaube ich sogar noch bälle weil wir keine dinge haben die werden echt weggeschnetzelt aber die schnitzeln auch manchmal hast du die skillschutz von ja gesehen wie sein knochen so die falsche richtig das war natürlich beabsichtigt um es kämpfen so ganz genau genau jener soll mich ein bisschen unterschätzen weißt du ich glaube ich bin ein bisschen ich glaube ich bin ein bisschen die aber nicht so die wo haben wir wurden beide gewählt jungs und sie ihr habt es na ja wohl echt strong alter das game läuft echt gut ja hat er lieber los ich habe 45 die ich abgeben kann du bist gerade ziemlich wild dabei oh gott es war eine idee ok ich habe so zwei leben ich gebe später noch ganz viele welle ja aber da kommt er gleich du kario und dann würde mich an der sport allein das vorgestellt wenn ich will geben ja ist egal gleich zwei minuten und ich hatte nur anfangszeichen nur 17 wo vor sich jahre oben habe ich habe 48 balls rot um ist wieder da lasstetieren ja ich bin ein bisschen ja egal ich denke ich glaube die ist da unten aber 21 ist überhaupt ja doch 90 bedrückt naja rot um ist ja trotzdem erhebt ja ich gehe mal base porten für berlin naja bin ich allerdings auch da ja das vermöchtig weil ich kann keine bälle mehr tragen würde ich sie aufnehmen müssen ja gut da oben liegen noch eine mitte erinnerung glaube ich wir können die entweder mit der kühne oder am welt in der wäse nein lass uns hab das machen aber das ist noch nicht wir haben ja ganz gut ja ja ich kann hier oben bisschen beschäftigen ich hänge okay jetzt musst du da aber auch action machen oder so ja okay perfekt das noch ich komme noch weg ich bin komponente seite Felix okay ich habe neun titel freunde die beste team kommt fragezeiten easy win hat ja einfach muss ich einfach nur abhalten vom abgeben die haben also 100 punkte sonst die gegner haben nach diesem spiel das spiel deinstalliert fragezeichen die namen werden immer besser aber schon gibt es keine zweistelligen kills hat äh rotum ach du scheiße komplett dominiert äh rotum kann dings rotum kann ähm 20 bälle abgeben und den muss man halt aufhalten ist ein bisschen real farad falls man den aus neu kennt so was haben wir denn ja da oha hier nachtig aber auch hauen so unser score allgemein ich habe être nationalism ach du scheiße dann in willemmäßig Das hast du assaulted aufhalten